Es ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, behalten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Red! Halt! Tee! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Tut mir leid! Tut leid! Mies! Verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Schießt auf! Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Tut mir leid, Kumpel. Tut mir leid, Kumpel. Da hatte jemand keine Zeit, die anzuziehen. Kumpel. Gut. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an! Habt das Stars Büro gefunden. Denkt dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher Finden und Festnehmen? Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey! Sei vorsichtig! Ja, du auch, Mann! Ich sag dir, was in der Station los war. Was zur Hölle war das denn? Das war kein Zombie. Okay. Er ist schon wieder weg. Okay. Geht wieder los. Oh man. Nette R.P.D. Begrüßung. Tee, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Okay. 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 Undersel. Oh, come on! Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Verstanden. Oh, verdammt nochmal. Was soll die Blockade? 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 Komm zu Papa! Mines! Was ist das? 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 Ja? Was ist das? Was ist das?